Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer fünften Folge in der Reihe der philosophischen Anthropologie. In der Reihe, in der wir danach fragen, was eigentlich der Mensch ist, was das Wesen des Menschen ausmacht. Wir haben diese Frage präzisiert als die Frage danach, was eigentlich das gelungene Leben des Menschen ist und haben in der letzten, in der vierten Folge die Liebe, die tiefen persönlichen Beziehungen als ein konstitutiver Bestandteil des gelungenen Lebens herausgearbeitet. Die Frage, ob unser Leben gelingt oder nicht gelingt, hängt ganz wesentlich daran, was für Beziehungen wir haben. Ob unsere Beziehungen nur oberflächlich flach sind oder ob es tatsächlich Menschen gibt, die wir lieben, weil wir sie als Mensch so, wie sie sind, wollen und mögen und ob auch wir als die Menschen, die wir sind, geliebt werden. Heute möchte ich auf einen zweiten Aspekt des gelungenen Lebens eingehen, nämlich den der Arbeit. Viel Zeit unseres Lebens verbringen wir mit Arbeiten oder mit Tätigsein. Und die Frage, ob unser Leben gelungen ist oder nicht gelungen ist, ob wir zufrieden sind mit unserem Leben oder nicht zufrieden sind, hängt ganz wesentlich davon ab, ob wir mit den Tätigkeiten, ob wir mit der Arbeit zufrieden sind, die wir ausüben. Und einen Großteil unseres Lebens verbringen wir ja tatsächlich damit, zu arbeiten. Nun, wenn wir so über Arbeit sprechen, wie ich das eben getan habe, dann steckt der Teufel schon ein wenig im Detail. Und wir müssen uns in einem ersten Schritt darüber im Klaren werden, was denn überhaupt als Arbeit gelten soll. Normalerweise ist es so, dass wir dann von Arbeit sprechen, wenn wir Lohnarbeit meinen, wenn wir Erwerbsarbeit meinen. Arbeit ist das, was wir tun, um damit Geld zu verdienen. Wenn wir in einer politischen Diskussion das Recht auf Arbeit einklagen wollen, dann meinen wir damit, dass wir ein Recht haben, tätig zu sein und in dieser Tätigkeit, durch diese Tätigkeit Geld zu verdienen. Diese Tätigkeiten können unterschiedlich sein. Das drückt sie auch daran aus, dass man nicht nur von Lohnarbeit oder Erwerbsarbeit spricht. Manche Menschen bekommen ein Honorar, andere eine Vergütung für das, was sie machen. Und da sieht man schon am begrifflichen Gebrauch, dass die Arten der Tätigkeiten unterschiedlich sind. Aber eines ist auch klar. Wenn Arbeit dasselbe ist wie Lohnarbeit und Erwerbsarbeit, dann arbeiten viele Menschen nicht. Zum Beispiel Mütter oder Hausfrauen, die arbeiten nicht, denn sie bekommen das, was sie tun, ja nicht bezahlt. Oder wer sich ehrenamtlich engagiert, der arbeitet auch nicht. Schüler arbeiten nicht. Studenten arbeiten nicht. Es sei denn, das ist eben interessant, es sei denn, sie haben Jobs und mit diesen Jobs, die eigentlich gar nichts mit dem zu tun haben müssen, was sie studieren. Mit diesen Jobs finanzieren sie dann ihr Leben als Studenten. Wir gebrauchen das Wort Arbeit oft in diesem sehr engen Sinn, in dem Arbeit eben identisch mit Lohnarbeit ist. Ein Ziel meiner Vorlesung wird darin bestehen, diesen engen Begriff der Arbeit durch einen weiteren Begriff der Arbeit zu ersetzen, in dem es um Tätigkeiten geht, die das Leben des Menschen gelingen lassen, unabhängig davon, ob diese Tätigkeiten sind, mit denen Geld erworben wird. Also unabhängig davon, ob es Lohnarbeit und Erwerbsarbeit ist oder nicht. Lassen Sie mich nur darauf hinweisen, dass es sogar noch einen dritten, noch umfangreicheren Begriff von Arbeit gibt. Man spricht also heute so schön davon, dass Menschen Trauerarbeit leisten oder Traumarbeit leisten oder Beziehungsarbeit leisten. Man kann sogar auch davon sprechen, dass Maschinen arbeiten oder selbst das Holz arbeitet noch. Ich glaube, wenn wir von Traumarbeit, von Beziehungsarbeit sprechen, dann steckt da auch so ein wenig dahinter, dass Arbeiten an sich etwas ist, was unwahrscheinlich positiv in unserer Gesellschaft sanktioniert ist. Wenn man arbeitet, dann tut man etwas Gutes. Und anstatt nun sagen zu müssen, ja, dass man viel mit sich selber beschäftigt ist, sich um sich selbst kreist und viel über seine Träume nachdenkt, etwas, was eher negativ gesehen wird in der Gesellschaft, sagt man, man leistet Traumarbeit. Das ist wieder was Schönes. Oder anstatt zu sagen, naja, also ich durchlebe eine Beziehungskrise nach der anderen, es ist gerade alles furchtbar schwierig mit meiner Partnerin, meinem Partner, meiner Frau, meinem Mann, sagt man eben, man leistet Beziehungsarbeit. Und dann ist das auf einmal wieder sehr gut. Ich möchte damit beginnen, zwei Bestandteile von dem, was Arbeit ist, mit Ihnen zu diskutieren. In der philosophischen Literatur ist es normalerweise so, dass unter Arbeit im engeren Sinne zwei Dinge verstanden werden. Nämlich einmal, dass das, was wir tun, mit Mühe verbunden ist. Und zum Zweiten, dass Arbeiten darin besteht, immer wieder dasselbe zu tun. Lassen Sie mich beginnen mit dem ersten Bestandteil der Arbeit, mit ein paar Bemerkungen zur Mühe. Dass der Aspekt der Mühe tatsächlich sehr eng mit dem verbunden ist, was wir unter Arbeit verstehen, zeigt schon die Etymologie dieses Wortes, die tatsächlich sehr, sehr alt ist. Der Begriff der Arbeit hängt wahrscheinlich mit der Neolithischen Wende zusammen. Also einer Zeit ungefähr zwischen 11.000 und 6.000 vor unserer Zeitrichtung. Vor der Neolithischen Wende, da war der Mensch Jäger und Sammlerin. Er hat natürlich etwas getan, um sein Überleben zu garantieren und einfach auch genug zu essen zu haben. Er hat gejagt und hat gesammelt. Aber mit der Neolithischen Wende hat der Mensch dann angefangen, Ackerbau und Viehzucht zu betreiben. Das bedeutet, dass er angefangen hat, seine Umwelt zu gestalten und sich dadurch diese gestaltete Umwelt zu eigen zu machen. Das Wort für Arbeit leitet sich nun von dem lateinischen Avrum her. Und Avrum bedeutet der gepflügte Acker. Eben etwas, was es erst in und nach der Neolithischen Wende gegeben hat, nämlich dass Menschen anfangen, mit der Natur die Natur zu bearbeiten. Die meisten Sprachen haben noch eine ursprüngliche Verbindung zu so einem Wort, was Mühe und Arbeit, Mühe und Last bedeutet hat. So zum Beispiel das französische Travaje, das Wort für Arbeit. Es leitet sich ab vom lateinischen Tripalus. Und der Tripalus ist ein Dreipfahl, eine Vorrichtung zur Bändigung von Pferden, die schwer zu beschlagen sind. Tripalare bedeutet dann auch Quälen, denn Pferde werden gequält, wenn sie an den Treipfahl müssen. Im Russischen haben sie das Wort Rabota für Arbeit und dieses Wort leitet sich auch von der Wurzel Rab ab und das bedeutet ursprünglich Sklave. Also die Idee, dass Arbeit mit etwas verbunden ist, was Mühsal ist, was quälen kann, ist ursprünglich mit dem Wort Arbeit verbunden.